Wir können uns heute ein Leben ohne Strom gar nicht mehr vorstellen. Was aber wenn diese lebensnotwendige Elektrizität plötzlich und ohne Vorwarnung ausfällt und das gleich über mehrere Tage oder eine ganze Woche? Im übervollen Zentrum in Feldbach hat eine Informationsveranstaltung zu diesem Thema stattgefunden und zu einer zentralen Frage, was ist ein Blackout und wie kann es überhaupt dazu kommen? Es kann eine Extremwildersituation sein, das kann auch durch Überlastung sein, es kann durch Mangel an Erzeugungsleistung sein, es kann aber auch ein Cyberangriff sein oder ein Erdbeben, das einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort auftritt und dann eine Kaskade auslöst und einen weitreichenden Ausfall verursacht. Es gibt aber durchaus Möglichkeiten der Vorsorge. Auch dazu haben Energieexperten Tipps und Vorschläge parat. Jeder einzelne ist dabei gefordert für seinen eigenen Haushalt zu sorgen. Man muss sich einfach nur Gedanken machen, gedanklich, was funktioniert alles, wenn kein Strom mehr im Haushalt verfügbar ist, was tue ich, wie bereite ich mich vor, was kaufe ich ein, welche Geräte nehme ich in Betrieb und so weiter. Also ganz einfach den Hauszustand wirken lassen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Rolle der Einsatzkräfte wie Rettung, Polizei, Bundesheer und die lokalen Feuerwehren. Die Florianis bereiten sich intensiv darauf vor und sind für den Ernstfall gerüstet. Unsere Aufgabe ist, erstens mal das Bewusstsein jetzt zu schaffen, bei den eigenen Mitgliedern, dass die Bevorratung gegeben ist, dass, wie heute erwähnt ist worden, die Kameraden dann wirklich in den Einsatz gehen können und zu helfen. Und bei uns ist wichtig, die Infrastruktur aufrecht zu erhalten, damit wir unsere Leute alarmieren können. Und um die Bevölkerung das Bewusstsein zu schaffen, weit und passt auf, das kommt und wenn was passiert, seid gerüstet dafür. Die Verantwortlichen der Stadt Feldbach arbeiten jedenfalls schon monatelang an einem wirksamen Konzept. Niemand soll im Ernstfall eines Blackouts allein gelassen werden. Die Stadt Feldbach wird sich selbst vorbereiten müssen, um einen gewissen Betrieb aufrecht zu erhalten im öffentlichen Bereich. Aber zusätzlich ist es notwendig, die Bevölkerung zu informieren, was sie in ihrem eigenen Bereich tun können. Fazit des Abends, jeder kann und soll für ein mögliches Blackout vorsorgen. Man muss aber selbst auch etwas dafür tun. Das hat dieser Abend eindrucksvoll vermittelt. Ja, wir sind eine moderne Gesellschaft, die so gut versorgt ist wie keine zuvor. Wir sind aber auch eine moderne Gesellschaft, die so abhängig ist wie keine zuvor. Das heißt, wenn Dinge ausfallen, sind wir sehr verunsichert und haben damit auch Schwierigkeiten umzugehen. Aus dem Grund Vorsorgen für die Zukunft. Was wäre wenn? Der Strom einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage. Auf diesen Tag müssen wir vorbereitet sein. Darum werden wir mit unserer Vorsorgestrategie in den nächsten Jahren die Bevölkerung bewusst machen und auch Anlagen so ausrichten, dass wir einen Minimalbetrieb für die Zukunft auch gewährleisten können. Interessante Ausführungen von regionalen Energieexperten sowie eine Diskussionsrunde mit dem interessierten Publikum beschließen den spannenden Abend. Untertitelung des ZDF, 2021 Brands 118, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020